jo hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von just cause 3 in den letzten folgen haben wir wieder story mission gemacht allerdings sind wir jetzt wieder ein bisschen blockiert oder wir haben eine blockade reinbekommen denn wir können keine story mission mehr machen weil wir wieder hier ein bisschen provinzen befreien müssen das wollen wir jetzt tun und zwar habe ich mir gedacht fliegen wir mal hier oben hin obwohl das relativ groß ist wir sollten uns eigentlich etwas kleineres aussuchen aber was ist klein und wo sind kleine provinzen das sind alles so riesen dinge hier glaube ich nur richtig fett schaden machen ja warte mal gucken wir mal hierher das wäre natürlich eigentlich am besten wenn man was näheres haben dann brauchen wir erstens nicht so weit fliegen und zweitens ist es ein bisschen kleiner das gebiet könnte kleiner sein oder das sieht auch wieder krass aus schauen wir mal das war ein bisschen mit abstand vielleicht was haben wir da unten was haben wir da unten was ist denn das scheiße schon mehr scheiß sperrgebiet hier ist immer so gefährlich hier jetzt werden wir gleich wieder abgeschossen wenn wir es kaputt machen klar da wir haben fünf sterne jetzt schon wieder ist echt hardcore hier jetzt mal wieder aufpassen auf flugabwehrdinger hier die panzer sind unterwegs zu eurer position luftunterstützung ist unterwegs oh shit jetzt werden wir gleich wieder abgeschossen hier scheiß flugraketen scheiße ist gar nicht cool alter was gibt es denn hier zum kaputt machen bitte zu viel recht zu viel das wird wieder ganz böse hier glaube ich das gebiet ich liebe es einfach nur die ganzen dinge jetzt zu zerstören auch wenn ich gar nicht weiß was ich hier gerade tue schon mehr so viel flugabwehr haben hier ich bin hier ist einfach nur schon wieder hardcore alles hier scheiße aber wenn ich wenigstens wüsste von wo die schießen kann man noch was irgendwo hier noch mal irgendwo flugabwehr alter nein nein fuck scheiße was tanzen wir immer so blöd rum hier ich brauch ne richtige Schrotflint hier wieder oh shit oh man es wird wieder gefährlich hier oh shit oder was sind denn das immer für Abwehrdinger hier nein und tot ach fuck Mist ey das ist immer so hardcore dort ne weil du hast keine Chance du kannst die du weißt gar nicht von wo die immer schießen die ganzen Typen du überlegst und überlegst und guckst und guckst aber du siehst nichts du kannst nur vermuten ja die die fetten Basis sind echt heftig geworden die kriegst du echt schwer eingenommen da tut man sich echt nicht leicht jetzt muss man wieder warten hier scheiß Ladebildschirm oh manchmal geht es schneller irgendwie aus irgendwelchen Gründen geht es manchmal schneller was haben wir denn noch hier offen das kann man immer echt schwer sagen das ist dann war nochmal flugabwehr das können wir wieder scheiße einnehmen das Teil aber wir versuchen es einfach mal zu zerstören hier kaputt das ist ein Heli dann ist glaube ich auch nochmal flugabwehr nicht kaputt wollt ihr mich verarschen wie denn achso Brückensteuer machen wir doch oder Brückensteuerung ist gut er muss wieder hängen bleiben er muss echt wieder hängen bleiben aber da tut man sich jetzt auch wieder schwer weil das muss bestimmt wieder das muss bestimmt wieder hier kanalisieren genau wie man das nennt komm 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 naja das wird nichts das wird nichts aber ich verstehe leider nicht wie man das machen soll oh ne es geht muss man muss drücken ok muss man muss drücken komm haben wir sehr gut komm 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 was dollert denn hier schon wieder so hässlich der fette so ein dicker ich auch immer blöd finde dass da unendlich Gegner kommen und du weißt ja am Ende gar nicht mehr wo die herkommen die sind einfach da komm einfach oh geil man das ist glaube ich ne Schrot das ist die geile Schrot oh ja man die ist geil die ist geil die Waffe machen wir mal Stück für Stück hier Maul halten na so läuft es hier auch wieder Maul halten was haben wir hier drinnen schönes irgendwas fettes zu weit glaube ich ja eindeutig zu weit sehr gut oh was ist das komm 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 bin ich mal was geiles hier da es kommt hier auch noch so ein schöner Panzer so ein fetter nein 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 wir müssen hier erstmal drehen hier warte mal wir drehen mal kurz Damit wir hier auch vorwärts fahren können. Geht es nicht. Schießt das Teil ab, verdammt. Ja, Mann. So, dann mal ganz langsam und ganz in Ruhe. Hoffentlich können wir das Ding hier auch ohne sterben kriegen. Lass mal das Türmchen da unten kaputt machen, wenn das geht. Maul halten. Und los. Wow, 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 das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Alter. Geht kaputt. Drecksturm. Was haben wir denn hier noch hier? Ist gar nicht so einfach hier zu wissen, wo hier überall böse Gegner sind. Ja, ja, ja. So ist es hier. So läuft es hier bei uns. Ja, Mann. Alter, was ist denn das hier für ein Riesengebiet? Ist ja ultra. Mann, dass der immer so hardcore schwanken muss hier. Ich kann nicht fahren. Ich kann echt nicht fahren. Wenn das räudige Fahrzeug genau hier steht. Ja, dieser gute, unbesiegbare Panzer, wie man ihn immer schimpft, geht schneller kaputt als normaler Panzer, leider Gottes. Da müsste irgendwo noch was zum Zerstören sein. Ich denke, ich soll hier noch was zerstören. Okay. Wo ist denn hier noch was? Na gut, fahren wir nochmal raus. Das machen wir hier später, würde ich sagen. Guck mal. Ja, fick dich. Können wir jetzt eh vergessen schon wieder. Nice. Richtig geil. Also gut, da müssen wir mal gucken, dass wir so noch ein paar Sachen zerstören. Mal gucken, was wir hier noch haben. Alter. Was ist denn hier schon wieder so übertrieben? Oh, fuck. Ich weiß nicht, ist das Flugabwehrzeug kaputt? Dann könnten wir uns vielleicht jetzt mal den Heli holen. Mann, hau ihn doch mal um hier, Alter. Mann, 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 Alter. Das ist immer so witzig hier in dem Game. Die Schnauze voll. Hoffentlich überleben wir hier so ein bisschen. Ich habe schon wieder keine Ahnung von, wo hier die ganzen Flugabwehrdinger kommen. Mal Schüttel erstmal kaputt machen, das Reutige. Dann haben wir auch schon mal Radar. Radar. Hardcore. Oh, hier oben ist noch was. Die habe ich doch vorhin zerstört. Ich habe doch voll kaputt gemacht, das Teil. Oh, nicht. Jetzt müssen wir auch irgendwo noch Radar haben. Da hinten haben wir noch ein Radar. Wo denn? Ah, da hinten irgendwo. Na, da oben wahrscheinlich. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal irgendwie was haben hier. Aber wo finde ich das jetzt, was ich suche? Wo finde ich das jetzt, was ich suche? Das muss hier... Das ist, glaube ich... Das muss da drin sein. Hier in dem Gebiet muss das sein und so. Also gut, gehen wir mal raus. Gehen wir lieber mal raus. Aktivieren. Oh, fuck. Mann, alter. Wer hält denn das scheiß Ding aus hier? Oh, fuck. Alter. Hardcore hier drin. Echt hardcore. Echt hardcore, die Scheiße. Ich habe auch keine richtigen Waffen mehr hier. Das sind ja verfluchte Heli. Ah, da hinten. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Ja, Mann. Da hinten gibt es Munition. Schnell wieder hier rein. Wenn es denn geht. Mann, alter. Lasst mich doch diesen scheiß Knauf hier betätigen. Riko, der Basiskommandant will dich persönlich erledigen. Leg ihn um. Okay. Dann machen wir auch noch platt, wenn es geht. Oh, Mann, Leute. Kommt. Schwimm hoch. Schwimm einfach nur hoch. Mehr musst du gar nicht tun. Einfach nur hochschwimmen. Hey. Komm, 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 komm. Geht doch. Geht doch. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen hier wieder rein. Wir haben hier noch nicht alles fertig. Wir haben noch zwei Dinger zum Zerstören. Mal gucken, wie wir da hinkommen, wenn wir hier ständig immer so dermaßen angeschossen werden. Ja, Mann. Ihr Pisser. So funktioniert es hier. Irgendein Fahrzeug ist jetzt verfügbar. Okay, wieder ein fetter Kampfhelé, möchte ich meinen. Sehr gut. Leider eins von... Eins von sechs. Boah, fuck. Ich bin viel noch offen. Hardcore. Ist es der hier? Nee, der hat ja gar nichts. Der hat ja gar nichts. Aber die da unten haben noch was, oder? Das schaut schon... Schaut auch nicht geil aus. Aber der hier, komm, der muss jetzt was Fettes dran haben. Der hat auch nur Schrott. Unser großer Anführer hat im Rahmen der ehrgeistigen Initiative Keiner bleibt auf der Strecke die Basis von Porto Cochlear zerstört und hunderte neuer Arbeitsplätze geschaffen. Und da geht sie dahin. Die nächste Basis. Bumm, da stand sie. Jetzt ist sie weg. Genau wie der General im Handbuch für selbstsichere und entschlossene Regierungsführung gesagt hat. Viva Medici. Warte mal, warte mal. Die Schrot-Finte will ich eigentlich behalten. Oh ja, die haben wir noch. Geil. Weil die Schrot, die ist richtig geil. Die macht Bock auf mehr. Komm, schnell wieder hier rein. Also gut. Ein Gebiet können wir noch schnell befreien hier. Ein Gebiet können wir noch machen. Aber wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Warte mal, das haben wir. Es könnte sein, dass hier noch was ist. So kleiner. Ja, gucken wir mal vorbei. Gucken wir mal vorbei. Ich hoffe nur, dass da noch was ist. Aber es könnte sein, dass wir uns üben, dass da nichts mehr ist. Gucken trotzdem. Ne, da ist nichts. Und hier drüben. Mal mal, wo waren das? Hier drüben. Ach hier, okay. Und ansonsten fliegen wir mal hier so die Lande ab. Da muss noch einiges sein eigentlich. Feind-Aktivität. Alle Einheiten hierher. Ne, hier ist auch nichts. Dann gucken wir da hinten mal. Also die fette Basis haben wir auf jeden Fall. Verstärkung ist unterwegs. Ja, ja. Durchhalten, Boden-Team. Sehr gut. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ich bin so was von bereit. Wollte ich es wirklich mit mir aufnehmen, Kumpels. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine coole Idee ist, Leute. So, was haben wir ansonsten noch hier? Ja, da gibt es eigentlich noch einiges, aber irgendwie fehlt es hier an an Gebiete zum Einnehmen. Dann muss hier hinten was sein. Hier muss irgendwo was sein. Es kann doch nicht so dermaßen versteckt sein. Boden-Truppen zu eurer Position. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Hätte ich uns mal lieber zurückhalten sollen. Hier Zentrale. Die zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Stromausfall. Haben wir das Teil? Oh ja, den haben wir. Nice. Nice. So, wollen wir sonst noch was? Weiß auch nicht. Fliegen wir hier runter oder fliegen wir einfach mal weiter? Fliegen wir mal zum nächsten Kreuz und da könnte auch noch was sein. Überall so kleine Dinger müssen hier noch sein. Da hinten ist noch was. Ja, ich sehe es schon. Wow. Oh shit. Haben wir natürlich auch schon befreit. Kein Ding hier. Kein Ding. Keine Panik hier. Dann ist hier unten bestimmt noch was. Wir sind mal in diese Richtung. Zwei oder drei brauchen wir noch. Ich glaube zwei oder drei brauchen wir noch. Komm, hier muss noch irgendwo was sein. Können wir noch mal so ein paar Lager heilen. Vielleicht eher so links. Ich glaube hier ist nix. Aber doch. Aber doch. Militärbasis. Und los geht. Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. Haben wir doch gleich. Doch, gleich erledigt hier. Ja, haben wir. Vier von sechs. So, da muss aber noch irgendwo was sein. Wahrscheinlich ist das andere Ding dann vielleicht. Gucken wir mal hier unten. Ansonsten gucken wir hier vorbei. Ich glaube hier unten ist auch mal was, ne? Oder? Oder auch nicht? Ja, hier ist glaube ich nix. Aber hier oben dann wahrscheinlich. Hier ist was. Das ist kaputt. Auch hier bilde ich mir ein, dass wir das schon mal verstört haben. Aber ich kann mir ja... Oder die schauen einfach jetzt mittlerweile so gleich aus. So, eins haben wir noch, ne? Eins noch. Das muss dann hier irgendwo sein. Weder da hinten oder noch weiter im Norden. Irgendwie so. Oh, oh. Oh ja, hier ist es. Ein Problem haben wir auch schon erledigt. Kaputt. Sechs von sechs Ansiedlung befreit. Vier von dreizehn Provinzen. Ich krieg euch alle. Eine Nacht. Aber trotzdem noch ne ganze Weile offen. Ne ganze Menge offen. Ich habe das Kontrollzentrum für die ALT von Falk und Maxi getrunken. Okay, also wir könnten dann die neue Story-Mission machen. Allerdings ist der Part jetzt gleich zu Ende. Können wir mittlerweile... Irgendwie... Oh, warte mal. Hier ist sowas offen. Können wir eigentlich mittlerweile wieder Schnellreisen machen? Ich muss mal schauen. Aber wahrscheinlich geht es immer noch nicht. Warum auch immer. Jetzt wird es gehen. Warum... Jetzt wird es gehen. Hm. Recht merkwürdig, ey. Warte mal, warte mal. Hier unten haben wir wieder was... So ein Signal, was wir brauchen. Oh, wir haben sogar eins von eins. Okay. Brauchen wir gar nicht. Alles klar, Leute. Dann machen wir hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Dann sehen wir uns in den nächsten Folgen. Bis dann. Tschüss.